Guten Tag, mein Name ist Arno Fischbacher und das Seminar, zu dem ich Sie heute einlade, hat ein ausgesprochen ungewöhnliches Format. Sechs Tage Intensiv, Stimme und Rhetorik in der herbstlich-sonnigen Toskana. Was könnte Sie an diesem Seminar interessieren? Wenn Sie sagen, ja, Sprechen ist in meinem Beruf Thema, dann sind Sie bei mir richtig. Wenn Sie viel verhandeln, wenn Verkaufen Ihr Thema ist, wenn Sie Mitarbeitergespräche führen, wenn Sie viel präsentieren, wenn auch Sie ab und zu merken, hier ist noch etwas, an dem könnte ich arbeiten, dann kommen Sie mit, wenn es heißt Stimme und Rhetorik Intensiv in der Toskana. Welche Möglichkeiten stecken in Ihrer Stimme? Welche Wirkung wollen Sie stimmlich entfalten, wenn Sie reden, diskutieren oder auftreten? In unserem Seminar nützen Sie einen Blick auf den Bildschirm, um Ihre Stimme zu analysieren und zu trainieren. Unerwartete Einwände, ungerechtfertigte Kritik, Krisensituationen, Beschwerden, aber auch Konflikte haben Sie mit einfachen rhetorischen Mitteln im Griff. Wie das geht, verrate ich Ihnen. Kommen Sie mit zum Seminar Stimme und Rhetorik Intensiv in der Toskana. Wie das geht, verrate ich Ihnen.